Zerklüftete Gletscher, einsame Landschaften, wildes Wasser. Die Isel ist einer der letzten freifließenden Gletscherflüsse der Alpen. Es gibt hier so viel Tolles zu entdecken, aber auch sonst ist für jeden, der Berge und Natur liebt, Osttirol der richtige Platz, um Neues kennenzulernen. Kommend vom Eis der hohen Tauern bis ins urbane Lienz fließt die Isel durch die ursprüngliche Bergwelt Osttirols. Die vielen Zuflüsse sorgen dafür, dass Wassersportler aus allen Teilen Europas auf den Wellen der Isel reiten und surfen können. Ich finde der Schutz und Verhalt von naturnahen Gebieten ist eine der größten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen, die der unseren noch folgen werden. Wer sich auf den Fluss und seine umgebende Natur einlässt, dem stehen alle Möglichkeiten offen. Und so fühlt man förmlich die unberührte Natur dort oben. Das ist es, was ich wirklich schätze.